Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog-Kurzfilm. Heute wird es tatsächlich mehr, oder der Schwerpunkt liegt heute mehr auf Kurzfilmen. Es wird ein lustiges Video, so viel sage ich. Ich bin mit ein paar Kollegen in den Wald gefahren und habe gedacht, kannst du das eigentlich auch mal vloggen? Demnächst kommt sogar wieder ein Hamburg-Vlog, also freut euch da auf jeden Fall drauf. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Kurzfilm. Wir sehen uns. Ab jetzt kommt alles in den Vlog übrigens. By the way, boah, krasser Baumstamm, ey. Jan, wie ist die Lage? Dieser scheiß Vorschuss ist unten wieder weg. Der wird so groß. Locker stürzt das ein, nur weil ich drauf bin. Oh Mann, Alter. Übrigens, Leute, wird in dem ganzen... Ja. Moin. Moin. Wie das hier heißt. In der Wald? Wie wohl... Nee, so viel weiß ich schon gar nicht. Der ganze Vlog wird ein 4K-Vlog. Ich habe mich einfach mal oder mir einfach mal verkniffen, auf 100D zu filmen. Das ist ja normalerweise der Vlog-Style, den ich verfolge. Ich würde sagen, viel Spaß auch mit dem weiteren Video. Ich weiß erst gar nicht genau, wo ich das jetzt reinschneide, aber... Ihr werdet's besser besser als ich. Bis dann. Ihr werdet's besser als ich. Wo ich bin. Ich bin. Wo ich bin. Wo ich bin. Ich bin. Wo ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020